Hallo und herzlich willkommen zum LibreOffice Crashkurs. In diesem Video möchte ich dir alles Wichtige von LibreOffice Writer zeigen und dir die Grundlagen vermitteln, sodass du direkt viel besser mit dem Schreiben von Dokumenten loslegen kannst. Dieser Kurs wird präsentiert von linuxguides.de. Wenn du im Bereich Linux eine Community suchst, dich als Einsteiger informieren möchtest oder Herausforderungen oder Probleme in Linux hast, dann schau dir gerne mal die Webseite an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, sondern direkt zu LibreOffice selber kommen. Das Video ist sowohl für Windows, Mac oder auch Linux User gedacht. LibreOffice funktioniert eigentlich bei allen drei Plattformen sehr, sehr ähnlich bzw. gleich. Also von daher nutzt du auf jeden Fall schon mal das richtige Betriebssystem und ich öffne jetzt hier einmal LibreOffice. Wie ihr das Ganze installiert, erkläre ich euch nicht. Ich denke, das kriegt ihr alles hin. Ich habe euch den Download-Link in der Videobeschreibung verlinkt. Für alle, die LibreOffice auf Linux nutzen, es reicht absolut die Version, die vorinstalliert ist. Ihr braucht da nichts extra nachinstallieren. So stark unterscheiden sich die Versionsnummern voneinander nicht. Ich würde sagen, lasst uns direkt loslegen mit einem Writer-Textdokument, denn das ist heute unser Fokus. Bevor wir aber loslegen mit dem Schreiben, möchte ich verschiedene Ansichtsoptionen ändern. Denn so das standardmäßige LibreOffice, finde ich, kann man etwas aufpeppen. Vor allen Dingen haben wir jetzt hier erstmal nochmal eventuell andere Icons, wie du sie vielleicht siehst. Ich würde persönlich jedem empfehlen, hier unter Extras oben auf Optionen zu gehen, dann unter Ansicht das Thema einmal auf Colibre zu ändern. Das mache ich jetzt einmal. Ich wähle Anwenden aus und dann sollte das jetzt bei jedem gleich sein. Ich wähle einmal OK aus. Dann möchte ich hier einmal diese Ansicht von LibreOffice ändern. Ich muss sagen, ich persönlich mag so die Anordnung der Symbole nicht, beziehungsweise ich finde, es geht viel funktionaler. Das machen wir jetzt einmal hier oben unter Ansicht und dann wähle ich einmal Benutzeroberfläche aus. Und hier wähle ich in Registern aus und wähle auf Alle Anwenden aus. Das Ganze macht schon alles im Hintergrund. Das heißt, nachdem wir einmal da drauf geklickt haben, können wir das Ganze auch schon schließen. Und jetzt sind wir bereit zu starten. Wir haben jetzt hier oben, ähnlich wie bei Word, eine Registerleiste, die ich persönlich, muss ich sagen, auch wenn ich lange kein Word genutzt habe, sehr lieben gelernt habe. Ich würde sagen, lasst uns direkt zum ersten Kapitel dieses Videos kommen. Alle Kapitel sind auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und das ist jetzt erstmal die Textformatierung. Ja, ich schreibe jetzt hier einfach mal einen Text, beziehungsweise füge diesen ein, falls ihr auch Beispieltext braucht. Dann gehen wir mal auf die Seite beispielsweise lorem.y.de und hier können wir jetzt beispielsweise einmal 10 Absätze generieren. Ich wähle Anpassen aus und kopiere mir einmal diesen Text und füge ihn hier mit Rechtsklick Einfügen oder Steuerung V ein. Und jetzt haben wir hier tatsächlich einen Text, mit dem wir jetzt arbeiten können. Ich möchte am Anfang diesen Text formatieren und euch die verschiedenen Optionen zu zeigen. Am Anfang bei einem geschriebenen Textdokument wähle ich einfach mal hier den gesamten Text aus mit Steuerung A. Und dann können wir hier einmal die Ausrichtung definieren. Ich denke, das hat jeder von euch schon mal gemacht. Einmal links, Mitte, rechts oder was auch sehr, sehr schön in Dokumenten aussieht, die Blockformatierung. Denn dann ist nämlich das Ende hier auch schlüssig. Kann ich nur empfehlen, diesen Blocksatz hier auszuwählen. Nebenbei, LibreOffice hat auch ganz viele Tastatur-Kurzbefehle. In dem Fall wäre das Steuerung B. Wenn ihr mit der Maus ein bisschen länger über einem Symbol bleibt, dann wird euch das auch angezeigt. Ja, und jetzt würde ich sagen, wollen wir hier eine Überschrift machen. Und zwar mit dem Lorem Ipsum Dolor Sied Amet. Ich habe jetzt hier erstmal einen Zeilenumbruch eingefügt. Das können wir mit der Eingabetaste machen. Also einfach eine neue Zeile. Und jetzt wähle ich hier einmal diesen Text aus. Und hier haben wir verschiedene Formatvorlagen. Einmal Standard, Textkörper, Überschrift 1, Überschrift 2, Überschrift 3 und so weiter. Bis hin zum Titel. Ich kann euch nur empfehlen, diese vorgefertigten Sachen zu nehmen. Erstens wird es dann bei euch einheitlicher. Zweitens müsst ihr nicht viel verstellen. Und drittens, wenn ihr das Ganze später als PDF-Datei exportiert, dann erkennt dieser PDF-Exporter automatisch die verschiedenen Kapitel. Und ihr habt dann bei jedem PDF-Viewer direkt auch ein Inhaltsverzeichnis. Angenommen, ich möchte alle Titel in meinen Dokumenten anpassen, beziehungsweise mir gefällt dieser Standardtitel nicht, dann kann ich hier einmal Titel doppelklicken hier oben. Und dann sehen wir einmal die Absatzvorlage. Und können hier dann einmal die verschiedenen Einstellungen tätigen. Aber beispielsweise auch die Schrift, wo wir jetzt hier beispielsweise ein FreeSense nehmen können. Oder was ihr auch eben haben wollt. FreeSense. Und die Größe beispielsweise nochmal anpassen könnt. In meinem Fall möchte ich das jetzt ein bisschen kleiner. Dann wähle ich einmal Anwenden aus und wähle OK aus. Und dann sind jetzt alle Titel in meinem Text genauso angezeigt. Nebenbei, wenn euch diese roten Wellen nerven, dann könnt ihr diese auch ausschalten. Hier oben unter Überprüfen. Und dann Automatische Rechtschreibprüfung. Wenn ich das einmal anklicke, dann ist das Ganze weg. Wenn ich das nochmal anklicke, ist es wieder da. Man kann am Ende auch ganz normal die gesamte Rechtschreibung überprüfen lassen. Das werden wir aber in einem späteren Artikel machen. Dann würde ich sagen, gehen wir doch nochmal diese komplette Formatierung hier durch. Wir haben hier einmal die Schriftart. Auswahl ist ganz klar. Wie gesagt, ich würde persönlich empfehlen, hier mit diesen Standardvorlagen zu arbeiten. Nebenbei, was für eine Standardvorlage würde ich euch empfehlen? Ich würde euch für normalen Text bzw. für normale Absätze nicht einmal diesen Standard empfehlen, sondern einmal Textkörper. Denn dadurch wird eine neue Zeile direkt zu einem richtigen Absatz, also ein Zeilenumbruch. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise in der Mitte einen Absatz einfügen möchte, muss ich nur einmal die Eingabetaste drücken und dann haben wir jetzt hier schon einen korrekten Absatz. Und das kann ich auf jeden Fall jedem von euch empfehlen. Mir persönlich missfällt es tatsächlich, dass wir hier keinen Blocksatz haben in diesem Textkörper. Das möchte ich direkt gleich ändern. Empfehle ich eigentlich für alle Dokumente. Das heißt, ich doppelklicke hier einmal Textkörper oben und wähle einmal Ausrichtung aus und wähle hier einmal Blocksatz aus. Und dann können wir auswählen, ob die letzte Zeile an den Start gepackt wird oder ob sie zentriert werden soll oder ob sie auch im Blocksatz geschrieben werden soll. Ich empfehle euch tatsächlich Start. Das macht am meisten Sinn. Spielt ja gerne mal rum mit den Einstellungen. Wir werden nicht jede einzelne Einstellung hier durchgehen können in diesem Crashkurs Video. Ich möchte euch hier vor allen Dingen einen schnellen Überblick geben. Und jetzt sind alle Textkörper tatsächlich auch direkt als Blocksatz formatiert. Und so fangen wir gescheit an, Dokumente unter LibreOffice zu schreiben. Wenn ihr mal nicht weiterkommen solltet bzw. Probleme haben solltet mit LibreOffice und der Zeichensetzung, könnt ihr hier auch einmal oben die Formatierungszeichen umschalten, sodass ihr einmal die Leertasten seht und schaut, okay, gut, haben wir hier irgendwo zwei Leertasten, aber auch einmal diese Zeilenumbrüche, also neue Zeile, die sehen wir dann hier auch ein bisschen besser. Kann ich empfehlen zum Schreiben, vor allen Dingen, wenn ihr da natürlich sehr genau sein wollt. So, angenommen, ich möchte jetzt in einem Absatz eine neue Zeile machen, aber ich möchte noch im gleichen Absatz bleiben. Das heißt, wenn ich jetzt hier einmal neue Zeile eingebe nach diesem Ahmet, dann haben wir hier trotzdem diesen Platz. Den möchte ich aber nicht. Wie kann ich das machen? Das kann ich machen, indem ich die Shift-Taste gedrückt halte, die Großmacht-Taste und dann die Eingabe-Taste drücke. Dann sehen wir jetzt hier tatsächlich ein neues Zeilesymbol, was dann hier in diesem Blocksatz mit drin ist. Das ist aber eher nicht für komplette Sätze mittendrin gedacht, sondern beispielsweise, falls ihr ein Wort oder einen Satz am Ende umbrechen wollt, dann macht das Sinn, wenn ich jetzt hier Shift-Eingabe-Taste drücke, dann haben wir hier nicht so viel Platz mittendrin. Wenn ihr das jetzt beispielsweise so machen wollt, dass ihr jetzt direkt nach zwei, drei Wörtern eine neue Zeile setzen wollt, dann macht das eigentlich keinen großen Sinn, dass dieser Satz noch dann in dem gleichen Absatz ist wie dieser hier. Von daher würde ich euch in diesem Fall einen neuen Absatz empfehlen. So, ich mache jetzt hier aber mal alles zurück und nebenbei immer wieder speichern ist gar nicht so schlecht. Der Hotkey dafür ist natürlich auch STRG-S und jetzt kann ich hier einen tollen Namen eingeben. Ja, ist eigentlich komplett nebensächlich. Ja, das wäre es jetzt eigentlich hier grob zur Standardformatierung. Ich würde sagen, kommen wir zur Absatzformatierung. Die haben wir ja auch schon ein bisschen angesprochen, aber wir können hier noch mehrere Punkte einmal angehen. Beispielsweise können wir hier einmal oben den Einzug vergrößern oder verkleinern. Probieren wir einfach mal aus. Somit können wir jetzt hier einmal den Absatz 1 weiter rechts schreiben. Das ist vor allen Dingen für Zitate beispielsweise gut, aber auch wenn man beispielsweise Protokolle schreibt, könnte das hilfreich sein, dass man hier Texte in gewisser Weise einzieht. Ja, so macht man das richtig. Nicht einmal mit der Tabulator-Taste hier beispielsweise und dann hier jedes einzelne Wort runterzieht. Das würde auch gehen, aber ihr kennt es alle, wenn ich jetzt hier nochmal was schreiben möchte, dann seht ihr, geht das Ganze kaputt und sieht einfach nur noch schrecklich aus. Von daher immer mit diesem Einzug arbeiten. Mit STRG-Z könnt ihr nebenbei auch die ganzen Punkte, die ihr mal gemacht habt, wieder rückgängig machen. Dann gibt es noch einmal Listen, die möchte ich euch nochmal ganz kurz zeigen. Wir können hier einmal die ungeordnete Liste umschalten. Das ist nebenbei die Tastenkombination Shift-F12. Damit könnt ihr da ganz schnell hin und her umschalten. Mache ich persönlich häufiger. Und dann kann ich jetzt hier ein Listen-Element einfügen und hier meine Liste aufbauen. Ich schalte jetzt mal die Formatierungszeichen hier weg, weil ich muss sagen, die verwirren mich gerade zu sehr. Und dann haben wir jetzt hier eine schöne Liste. Die können wir natürlich auch nochmal eindrücken. Das können wir mit der Tabulator-Taste machen. Dann ändert sich hier auch direkt das Symbol. Und wenn ich dieses Listen-Item wieder eins nach links verschieben möchte, beziehungsweise eins nach oben, wenn ihr versteht, was ich meine, dann könnt ihr die Shift-Tabulator-Taste drücken. Und dann geht das Ganze auch wieder ganz normal in die andere Richtung. Natürlich kann man hier nochmal andere Symbole auswählen, beispielsweise solche Pfeile oder solche Haken und so weiter. Sieht eigentlich ganz schick aus, um echt zu sein. Ich würde euch eigentlich immer das Standard empfehlen. Und dann können wir hier auch noch einmal eine Nummerierung einschalten. Beispielsweise jetzt hier die ganz normale Nummerierung, aber auch eine Klammer und je nachdem, wie ihr das haben wollt. Oder in römischen Ziffern, da ist wirklich genug was für jeden dabei. Ich belaste es hier auch auf dem Standard. Ansonsten gibt es dann nochmal ganz spezielle Formate, in denen wir beispielsweise sagen, wir können 1a und dann diese einzelnen Punkte reinmachen. Ich glaube, das ist sogar eine relativ neue Funktion in LibreOffice. Versteht sich hier auch nochmal von selber. Eine weitere wichtige Einstellung ist nochmal der Zeilenabstand. Und zwar können wir hier einmal zwischen dem Zeilenabstand 1, was sehr, sehr eng ist, bis zu Zeilenabstand 2 hinschreiben. Je nachdem, wie das bei euch gefordert wird in der Arbeit. Ich belasse es jetzt hier mal bei 1,15 auf dem Standard. Möchtet ihr jetzt beispielsweise bei einem speziellen Absatz etwas mehr Abstand einfügen, könnt ihr das natürlich mit einer neuen Zeile machen, mit der Eingabetaste. Ich finde, das ist aber erstens nicht ordentlich und zweitens will man das vielleicht ein bisschen genauer einstellen. Dafür gehe ich einmal hier oben auf Layout. Dort können wir jetzt einmal nebenbei den Einzug nochmal etwas genauer verändern, aber auch, was ich jetzt haben möchte, den Abstand oberhalb des Absatzes und unterhalb des Absatzes zu ändern. Meistens wollt ihr den Abstand unterhalb des Absatzes verändern. Dafür wähle ich hier einmal das Plus aus und dann geht es auch ein bisschen genauer. Und das ist eigentlich nur eine einzige neue Zeile. Wir schalten hier nochmal um. Da ist nichts dazwischen, aber dadurch, dass wir jetzt hier im Layout das umgestellt haben, kann man das hier viel feiner machen. Muss nicht unbedingt sein, nur dass ihr Bescheid wisst, wo ihr das Ganze findet. Ja, das wäre es eigentlich zum grundlegenden Textschreiben. Schaut euch gerne hier auch nochmal die Tassenkombinationen an. Ich muss sagen, sie sind manchmal nicht unbedingt direkt logisch. Beispielsweise FET ist STRG-SHIFT-F. Also wenn ihr STRG-SHIFT-F hier drückt im Text, dann macht ihr das FET. Kursiv ist dafür nur STRG-I und unterstrichen ist auch nur STRG-U. Aber STRG-SHIFT-F. Weil STRG-F nämlich belegt ist mit nämlich der Suche von Wörtern, wie wir sie hier unten dann finden können. Das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Ich würde sagen, lasst uns zum nächsten Kapitel kommen. Und das ist das Seitenlayout. Wir haben jetzt hier eine Standard-DIN A4-Seite und die können wir uns jetzt nochmal anpassen. Dafür wähle ich hier oben einmal Layout aus und dann können wir hier erstmal die Seitenränder definieren. Manchmal braucht ihr hier Seitenränder von einem Zentimeter auf der linken Seite und ein bisschen mehr auf der rechten Seite oder so. In der Regel macht es aber Sinn, dass man die halt eben dann gleichmäßig ransetzt. Dann passt natürlich auch mehr auf die Seite. Ich muss sagen, das sieht sehr, sehr komisch aus. Von daher mache ich das mal ganz schnell zurück mit ganz viel STRG-Z. Viel wichtiger ist einmal die Ausrichtung. Ihr könnt hier einmal das Hoch- oder Querformat bestimmen. Und auch die Seitengröße und so weiter. Ich muss sagen, dieses Menü nutze ich persönlich gar nicht. Es gibt eigentlich sehr, sehr schönes Einstellungsfenster. Wir können nämlich einen Rechtsklick irgendwo auf die Seite auswählen und dann hier einmal die Seitenvorlage öffnen. Und hier können wir jetzt unter Seite eigentlich alles einstellen, was wir brauchen. Einmal das ganz spezielle Format A4, A6, A3 und so weiter oder auch ein ganz benutzerdefiniertes Format. Dann einmal die Ausrichtung, das ist nochmal ganz wichtig. Die Seitenränder haben wir hier einmal. Auch die Seitennummerierung könnten wir einstellen. Was vielleicht später für automatische Felder wichtig wird. Den ganzen anderen misst ihr wie Hintergrund, Transparenz, Fußzeile, Kopfzeile kommen wir später zu. Aber sowas wie Umrandung auch noch selber bei der Seite ist eigentlich, ich würde mal sagen, veraltet. Braucht wahrscheinlich kein Schwein von euch. Dafür die Spalten sind manchmal ganz witzig. Ihr könntet nämlich hier auch nochmal explizite Spalten einstellen. Einmal beispielsweise hier dann drei Spalten pro Seite. Das sieht dann ungefähr genau so aus. Das könnte man dann hier auch nochmal mit ein bisschen mehr Abstand dazu einrichten. Hier können wir einmal den Abstand einstellen. Beispielsweise ein Zentimeter. Und dann haben wir jetzt hier einen Text in drei Spalten. Wer das braucht, in der Regel macht ihr das mit einer Spalte. Bei wissenschaftlichen Arbeiten vielleicht mal zwei. Würde ich euch aber hauptsächlich nur mit einer Spalte empfehlen. Ich wähle einmal anwenden aus und wähle okay aus. Jetzt kommen wir zu den ersten Sachen, die wir einfügen können. Und zwar sind das heute unsere Tabellen. Ich mache dafür eine neue Zeile nach einem Absatz und wähle hier oben einmal einfügen aus. Jetzt können wir hier viele verschiedene Sachen einfügen. Wir werden uns einiges in diesem Video noch anschauen. In dem Fall möchte ich aber Tabelle auswählen. Das ist eigentlich das, was man sehr, sehr, sehr häufig braucht. Und jetzt kann ich hier einmal einstellen, wie viel Zeilen und Spalten meine Tabelle haben soll. Ich wähle hier jetzt einmal 3x4 aus. Diese Tabellen funktionieren anders wie in dem LibreOffice Writer Dokument. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Es gibt zwar einige Sachen von LibreOffice Calc, was auch im Writer funktioniert, aber eben nicht alles. Das heißt, wollt ihr vorwiegend ein Tabellendokument erstellen, dann macht das auch wirklich in LibreOffice Calc und nicht in Writer. Ich möchte hier vor allem auf die Formatierung eingehen. Angenommen, wir haben hier jetzt verschiedene Wörter drinnen. Dann sieht das am Anfang erstmal super schrecklich aus. Vor allem, weil wir jetzt hier noch in diesem Textkörpermodus sind. Ich würde euch in diesem Fall einmal Standard empfehlen. Dann sind diese komischen Absätze direkt weg. Und wir haben keinen Blocksatz und so weiter. Jetzt sind für mich aber die Abstände zu den Rändern viel zu gering. Ich finde, das sieht einfach nicht hübsch aus. Das können wir ändern, indem ich einmal Rechtsklick auf die Tabelle auswähle. Einmal Tabelleneigenschaften auswähle. Und dann kann ich hier neben dem Abstand einmal die Umrandung hier einstellen. Diese Umrandung ist viel spannender. Hier können wir einmal den Innenabstand einstellen. Ich möchte jetzt hier beispielsweise 0,3 cm für jede Seite haben. Ich wähle einmal OK aus. Dann haben wir jetzt hier den Text nochmal mit ein bisschen mehr Platz außenrum. Das sieht dann schon viel, viel besser aus. Ich könnte jetzt beispielsweise auch hier die gesamte Zeile einmal markieren, einmal hinziehen und dann beispielsweise alles fett machen und mittig setzen. Auf der linken Seite könnte ich das beispielsweise genauso machen. Fett und mittig. Dann haben wir jetzt hier auch direkt eine Formatierung, die eventuell für eure Tabelle hilfreich ist. Wir können hier einmal unsere Spalte nach links ziehen. Die andere auch ein bisschen angleichen. Und dann haben wir jetzt hier vielleicht eine Tabelle, die uns ein bisschen mehr gefällt. Die Umrandung können wir generell mal einstellen. Wenn ihr beispielsweise gar keine Umrandung haben wollt, dann wählt ihr einmal in diesen Tabelleneigenschaften unter Umrandung keine aus. Wählt OK aus. Dann ist es nur noch so hellgrau. Das wird dann später nicht abgedruckt, wer das haben möchte. Ansonsten, was auch noch cool ist, wenn ihr mehr Text in eine Tabelle reinfügen wollt, beispielsweise so einen gesamten Absatz, will man vielleicht mal machen, dann kann ich das Ganze hier mit STRG V auch nochmal einfügen. Und ihr seht, der Zeilenumbruch geschieht ja automatisch. Und das ist genauso wie jetzt beispielsweise in den Absätzen. Wenn ich jetzt hier eine neue Zeile machen möchte, dann wähle ich SHIFT Eingabetaste aus. Und dann haben wir jetzt hier auch einen Zeilenumbruch eingefügt. Da ist die Formatierung natürlich ein bisschen beschränkter, aber für die Tabellen reicht es eigentlich schon ganz gut. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ansonsten bietet die Tabellenfunktion auch nochmal eine automatische Formatierung. Dazu wähle ich einmal einen Rechtsklick aus, wähle Vorlage aus und wähle Autoformat aus. Und dann können wir hier zwischen Standard, Akademisch, Blaue Liste, Grüne Liste, Rote Liste, Gelbe Liste, Elegant oder Finanzen, Einfache Spalten, Einfache Zeilen, Einfache Schatten entscheiden. Ich nehme jetzt hier einfach mal Einfache Zeilen und wähle OK aus. Dann wurde das jetzt hier so ähnlich formatiert. Wir sehen aber ganz klar, dass der Rest unserer Änderung verloren gegangen ist. Wenn wir das wieder rückgängig machen wollen, dann wählen wir STRG Z aus und dann sind wir wieder dort. Ich bin ganz ehrlich, ich markiere mir diese Zeilen einmal hier und wähle hier dann eine Hintergrundfarbe aus. Und da kann ich euch beispielsweise Hellgrau 3 empfehlen. Das sollte man auch auf dem Drucker sehen, je nachdem. Eventuell ist es bei euch auch erst Hellgrau 4, je nachdem. Weil die dunkleren oder die helleren Hellgraus, die sieht man nicht ganz so gut auf dem Drucker. So, das mache ich jetzt hier unten nochmal, klicke hier einmal auf diese Füllfarbe. Ansonsten kann man hier tatsächlich auch Formeln einfügen, eine Summe beispielsweise. Ich könnte jetzt hier beispielsweise, wenn ich noch ein paar Zeilen brauche, nochmal die Zeilen hier unten vervollständigen oder vervielfältigen. Und diese dann am besten mit der weißen Hintergrundfarbe nochmal versehen. Dann könnte ich jetzt hier unten noch einmal eine Summe definieren, beispielsweise. Ich wähle dieses Summenzeichen aus und ziehe mir dann hier das Feld, was ich zusammenzählen möchte oder die Felder, die ich zusammenzählen möchte, hier zusammen und gebe die Eingabetaste ein. So, dann kann ich jetzt hier 145, 12 und 43 beispielsweise eingeben und dann haben wir hier sogar zufällig genau die 200. Und das Ganze kann man natürlich dann auch als ein Währungsfeld sehen. Das machen wir dann hier hinten beim Zahlenformat. Hier können wir beispielsweise die Kommazahlen einstellen, die Daten, eine Prozentzahl natürlich, wenn man möchte. Das mache ich mal rückgängig. Ich wähle hier einmal Währung aus und dann haben wir jetzt hier das Ganze in unserer Landeswährung drin. Beispielsweise. Nur um euch das zu zeigen, wie das hier funktioniert. Viel mehr als das würde ich persönlich nicht im Writer machen. Ich drücke mal häufiger STRG Z, sodass wir hier alles wieder rückgängig machen und wir hier unsere schöne Tabelle behalten. Wenn wir jetzt beispielsweise bei der Tabelle nur außen einen Rand hinzufügen möchten und innen drin keine Ränder drin haben möchten, dann wähle ich jetzt hier einmal die komplette Tabelle aus und dann können wir hier einmal die Umrandung einstellen. Hier Umrandungsfarbe und hier Umrandung. Ich wähle das einmal aus und dann können wir hier verschiedene Modi auswählen. Hier würde ich jede einzelne Zeile mit einem Rand versehen. Ich möchte nur die äußeren Ränder mit einer Umrandung sozusagen versehen. Das heißt, ich wähle dieses Zeichen aus und dann haben wir jetzt tatsächlich nur außen eine Umrandung. Die kann man hier dann tatsächlich so einstellen, wie man möchte, je nachdem, welche Linie man hier auswählen möchte und natürlich dann auch nochmal die Umrandungsfarbe beispielsweise. So, in meinem Fall reicht das jetzt und dann würde ich sagen, sind wir auch mit der Tabelle durch. Weiter geht es mit den Bildern, denn die kann man nämlich auch relativ gut einfügen. Ich glaube, jeder von uns hasst Bilder in Dokumenten in gewisser Weise, weil sie sich manchmal so richtig, richtig komisch verhalten. Ich würde sagen, das ändern wir jetzt mal. Ich wähle hier jetzt mal ein beliebiges Bild von unsplash.com aus und das möchte ich jetzt einmal einfügen in den LibreOffice Writer. Entweder kann ich das über Einfügen, Bild, Punkt, Punkt, Punkt und dann dieses heruntergeladene Bild auswählen oder ich wähle hier einfach Rechtsklick, Grafik kopieren aus und füge das hier am Ende eines Absatzes hinzu. Das Bild ist jetzt tatsächlich ein schlechtes Beispiel bzw. ein gutes zum Zeigen, denn wenn ich jetzt hier reinzoome, sehen wir, das ist ziemlich genau und da hinten ist sogar ein Taucher. Cool, weil so ein riesiges Bild in LibreOffice Hand zu haben, das kostet schon relativ viel Performance, vor allem bei mehreren Bildern. Das Ganze könnt ihr einstellen mit Rechtsklick auf das Bild und dann komprimieren und dann können wir hier die Bildauflösung verringern. Beispielsweise, ich würde sagen, für ein Dokument reicht die Breite von um die 900 Pixel absolut aus, je nachdem wie fein das Ganze werden soll. So, wunderbar, das hat gut geklappt und jetzt ist das Bild trotzdem noch viel zu groß. Ich möchte es nur klein nachziehen, also jetzt beispielsweise mal auf die Größe. Damit können wir jetzt hier viel machen und ihr seht, das Bild macht, was es will und wenn ich das hier versuche irgendwie rumzuziehen, dann sieht das erstmal ganz schlimm aus. Wie machen wir das am besten? Ich würde euch empfehlen, so ein Bild immer an einer gewissen Stelle zu verankern. Also je nachdem, die Position des Bildes muss sich an irgendwas orientieren. Ich empfehle euch persönlich immer, am Absatz zu verankern. Hier sehen wir, weil hier am Zeichen, das möchte ich nicht, ich möchte das am Absatz auswählen, dann sind wir am Anfang dieses Absatzes. Das finde ich eigentlich am schönsten. Und jetzt können wir hier durch diese Anordnungszeichen oben unser Bild so anordnen, wie wir es möchten. Ich möchte es jetzt einmal rechts und oben ansortieren oder anordnen. Dann haben wir das jetzt hier relativ gut in den Absatz eingefügt. Fragt ihr euch vielleicht jetzt, ja was ist denn jetzt beispielsweise mit diesem Text hier los, das sieht ja furchtbar aus. Dafür können wir einmal einen Rechtsklick auf das Bild auswählen, ich wähle Eigenschaften aus und dann können wir hier einmal den Umlauf einstellen. Jetzt könnte ich hier beispielsweise einstellen, okay ich möchte den Umlauf einmal links um 50 cm oder 0,5 cm haben und dann haben wir jetzt hier ein bisschen Platz um das Bild herum. Dann könnte ich jetzt noch einmal hier mit einem Rechtsklick auf das Bild eine schöne Beschriftung einfügen, beispielsweise viele kleine Fische. Dann könnte ich hier noch die Kategorie auswählen, ich könnte gar keine Kategorie auswählen, dann haben wir das nur so. Ansonsten wenn wir das Ganze durchnummerieren wollen, dann können wir hier mit Abbildung beispielsweise starten. Tabelle macht es in dem Fall keinen Sinn, aber Schaubild oder Zeichnung, je nachdem. Ich wähle jetzt einmal ohne aus, weil sonst könnten wir am Ende nochmal ein Abbildungsverzeichnis hinzufügen, was für wissenschaftliche Arbeiten vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ich wähle einmal okay aus und dann haben wir jetzt hier sogar eine kleine Beschriftung mit dazu bekommen. Und ich muss sagen, ich finde diesen Textumlauf fast so viel. Wenn wir jetzt aber das Bild hier auswählen und Eigenschaften auswählen, sehen wir ja keinen Umlauf mehr, weil nämlich dieses Bild jetzt in sozusagen so einem Feld von LibroOffice gelandet ist. Und das heißt, wir müssen das jetzt einmal auswählen und dann Rechtsklick auf dieses Feld auswählen, Eigenschaften und hier den Umlauf nochmal umstellen. Ich wähle jetzt hier mal 0,3 aus. Ich finde, das sieht jetzt schon mal ganz okay aus. Ja, und somit haben wir jetzt ein Bild eingefügt, was jetzt halbwegs akzeptabel hier mit drin ist. Diesen Text können wir hier nochmal im Nachhinein natürlich ändern. Beispielsweise können wir das Ganze auch zentriert einfügen und genauso formatieren wie alles andere auch in unserem Dokument. Genau, so funktioniert das mit Bildern. Wenn wir wollen, dass währenddessen gar kein Text angezeigt wird, können wir hier auch diesen Textumlauf nochmal einstellen. In der Regel ist der automatisch gewählt. Das ist in der Regel eigentlich schon ganz gut. Wir können jetzt hier aber auch beispielsweise keinen Umlauf einfügen. Dann wird der Text erst nach dem Bild angezeigt. Oder einmal Durchlauf, dann wird der Text durch das Bild gezeigt. Das will man eigentlich nicht. Und dann kann man hier auch nochmal das Parallele einstellen. Wenn wir das Bild jetzt in die Mitte ziehen, dann geht es hier auch nochmal durch. Möchten wir eigentlich nicht. In der Regel wollen wir das hier vielleicht an der Seite oder in der Mitte und dann keinen Umlauf haben. Sowas in die Richtung. Das reicht schon vollkommen aus. Ich wähle jetzt hier nochmal das von eben aus. Genau, und damit haben wir eigentlich auch schon Bilder eingefügt. Und nun sind hoffentlich Bilder für euch viel, viel einfacher Hand zu haben in LibreOffice, wie vielleicht noch vor diesem Video. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zu einem wichtigen Punkt, der in vielen Dokumenten auch essentiell ist. Das ist nämlich einmal die Seitennummerierung bzw. die Kopf- oder Fußzeile. Wenn ich jetzt hier einmal unten an diesen Druckbereich klicke, dann bekommen wir hier so einen blauen Strich. Und hier kann ich jetzt einmal Fußzeile Standard auswählen bzw. ein Plus darauf auswählen. Und dann kann ich hier beispielsweise Seite eingeben. Und jetzt kann ich einen Feldbefehl einfügen. Wie mache ich das? Ich wähle hier einmal auf Bezüge oben und dann Feldbefehl. Hier gibt es schon welche, die schon vollautomatisierend sind. In dem Fall möchte ich einmal die Seitennummer einfügen. Das ist die aktuelle Seite. Hier sind wir auf der Seite 1 und weiter unten sind wir auf der Seite 2 und dann ganz unten auf der Seite 3. Funktioniert das schon mal ganz gut. Und jetzt möchte ich aber nochmal die Seitenanzahl einfügen. Das heißt von allen Seiten, die es in diesem Dokument gibt. Und das kann ich hier einmal unter Seitenanzahl dann nochmal einfügen. Dann haben wir hier einmal Seite 1 von 3. Was ich euch nochmal empfehlen würde, ist das Ganze auf die rechte Seite zu packen. Dafür wähle ich einmal Start aus und richte das Ganze rechts aus. So, wunderbar. Seite 1 von 3, Seite 2 von 3 und so weiter. Jetzt möchte man beispielsweise oberhalb nochmal eine Kopfzeile einfügen. Das wähle ich jetzt hier auch nochmal direkt aus und dann können wir jetzt hier einmal beispielsweise das heutige Datum einfügen. Dafür gehe ich einmal auf Bezüge, Feldbefehl, Datum beispielsweise füge ich jetzt mal ganz hinten ein, ganz rechts. Und jetzt möchte ich nochmal in der Mitte einen Titel einfügen. Wie mache ich das jetzt? Ich würde es ganz ehrlich über eine Tabelle lösen. Das heißt, ich wähle hier nochmal eine neue Zeile aus und füge hier mal eine Tabelle mit drei Spalten und einer Zeile ein. Und jetzt packe ich diesen Feldbefehl einmal in diese Tabelle rein. Und jetzt kann ich hier in der Mitte einmal den Titel einfügen. Also Bezüge, Feldbefehl und dann Titel. Der ist jetzt in dem Fall noch leer. Ist jetzt erstmal nicht so wild. Und genau das packe ich jetzt hier in der Mitte nochmal auf zentriert ausrichten. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt möchte ich tatsächlich einmal diese Umrandung, diese Tabelle entfernen. Das heißt, ich wähle einmal diese komplette Tabelle aus. Wähle hier oben Tabelle aus. Und dann kann ich hier einmal die Umrandung komplett entfernen. Das mache ich mit dem linken oberen Tool. So, wunderbar. Jetzt nervt uns am Ende nochmal diese Zeile, die wir hier partout nicht wegbekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin leider auch nicht komplett wissend. Ich würde mir jetzt hier helfen, einmal die Schriftgröße auf 0 zu stellen von dieser Zeile. Beziehungsweise so klein wie möglich, sodass uns hier dieser Abstand nicht nervt. Wenn uns der Abstand von der Kopfzeile zum Text zu groß ist, können wir in die Seitenvorlage gehen und dann einmal Kopfzeile aufrufen. Und dann können wir hier den Abstand einstellen. Beispielsweise einmal auf 20 oder 0,2 cm. Dann ist der Text näher an die Seite gerückt. Nebenbei können wir das Datum auch nochmal anpassen, indem ich rechtsklick auf das Datum auswähle. Und dann Feldbefehl bearbeiten auswähle. Dann können wir hier einmal entweder immer das aktuelle Datum verwenden oder das fixe Datum, was da gerade drin steht. Und dann können wir jetzt hier einmal das Format nochmal anpassen. Ihr seht, da gibt es viele verschiedene Formate. Ich denke hier 31. Dezember 1999, sowas in die Richtung. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann kann man sich damit auch schon behilflich sein. Ja, das wäre es soweit zur Kopf- und Fußzeile. Lasst uns jetzt zu Fuß- und Endnoten kommen. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier in diesem Text eine Fußnote einrichten möchte, wähle ich hier oben einmal Bezüge aus. Und je nachdem, wo mein Textcursor gerade ist, kann ich hier einmal eine Fußnote einsetzen. Wichtig, die Fußnote ist direkt am Ende der gleichen Seite einmal referenziert. Wenn wir einmal Endnote auswählen, dann wird das Ganze am Ende des Dokuments nochmal mit angefügt. Probieren wir das doch einfach mal mit der Endnote aus. Ich wähle hier einmal Endnote einfügen aus. Und dann sehen wir hier, es wird eine neue Seite generiert. Ganz am Ende, die hat auch keine Nummerierung mehr tatsächlich, keine Kopf- und Fußzeile mehr. Und ich gebe jetzt hier einmal den entsprechenden Text für die Endnote ein. Ich bin jetzt hier mal ganz kreativ. So, Endnote 1. Wunderbar. Und dann läuft das tatsächlich auch. Und wir haben hier ein kleines i eingefügt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch auf Fuß- und Endnoten hier einmal oben klicken. Dann können wir das einrichten. Bei Endnoten können wir jetzt hier einmal die Nummerierung einrichten. Beispielsweise einmal 1, 2, 3. 1. 2. 3. 0, 1, 0, 2, 0, 3. Ich mache es jetzt einfach mal mit 1, 2, 3. Und dann können wir hier davor nochmal was einstellen. Beispielsweise so eine eckige Klammer auf und eckige Klammer zu. Und dann wähle ich einmal OK aus. Dann haben wir jetzt hier die kleine 1. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann kommen wir am Ende einmal zum Endnoten verzeichnet. Und haben dann hier einmal unsere eckige Klammer auf und eckige Klammer zu. Wenn ihr jetzt hier nochmal einen Titel einfügen möchtet, dann könnt ihr das beispielsweise hier über die Kopfzeile in Klammern Endnote machen. Und dann können wir jetzt hier Endnotenverzeichnis beispielsweise eintragen. Und dann das hier einmal zur Überschrift 1 beispielsweise machen. So, wunderbar. Dann wird hier Endnote für Endnote aufgelistet. Ansonsten bringt LibreOffice auch direkt eine eigene Literaturdatenbank mit. Ich muss sagen, ich selber habe mit dieser noch nicht gearbeitet. Ich habe bis jetzt immer mit Zotero unter LibreOffice gearbeitet. Eventuell ist das was für euch. Ansonsten, diese Literaturdatenbank funktioniert nur, wenn ihr das Datenbankmodul von LibreOffice installiert habt. Ich packe euch den Befehl für Linux mal unten in die Videobeschreibung. Ansonsten wähle ich jetzt hier einmal Literaturdatenbank aus. Dann haben wir hier tatsächlich nochmal verschiedene Einträge. Jetzt von irgendwelchen LibreOffice-Guides und so weiter. Aber ich kann jetzt hier nochmal ganz unten eine neue Tabelle einfügen mit dem Identifier, dem Typ, Adresse, der Author, Booktitle ist vielleicht nochmal wichtiger. Und dann können wir hier das alles mal durchgehen. Ich glaube, das reicht auf jeden Fall für euch. Mache ich jetzt einfach mal Type. Ich gebe einfach mal 1 ein. Das ist in dem Fall das Buch. Können wir hier auch nochmal einrichten, was es hier sonst noch für andere Sachen gibt. Ansonsten könnte man hier nochmal den Konferenzberichtsartikel ausfüllen. Ich würde sagen, das ist ein Paper. Könnt ihr gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Ich gehe es aber hier mal mit Buch. Gib hier mal als Booktitle Linux für Einsteiger ein. Können wir nebenbei auch hier eingeben. Da ist das sogar alles auf Deutsch übersetzt. Herausbegeber können wir einstellen. Aber auch die Autoren. Beispielsweise hier. Tux, Fuchs beispielsweise. Gut. Okay, dann können wir noch ein Kapitel definieren. Und viel, viel, viel mehr. Das reicht für mich nochmal. Ja ist vielleicht nochmal wichtig. Sagen wir mal Jahr 2022. 22 und dann passt es soweit. Gut. Okay. Jetzt ist das soweit schon mal alles eingestellt. Ich schließe die Literaturdatenbank. Um unser Literaturverzeichnis nun in LibreOffice zu bekommen, in unser Dokument zu bekommen, wähle ich jetzt hier einmal Literaturverzeichnis Eintrag aus, wo ich meinen Verweis haben möchte. Und dann wähle ich jetzt hier einmal den Eintrag mit der Kurzbezeichnung aus. Und ich wähle einmal Einfügen aus. Dann haben wir jetzt hier entweder eine Nummer oder so einen Kurzbefehl. Ich habe das jetzt schon hier irgendwann mal benutzt. Deswegen ist es hier eine Nummer. Ich zeige euch aber gleich, wie das zu der Nummer auch dann umgewandelt wird. Dann wähle ich jetzt hier einmal ganz am Ende des Dokuments, je nachdem wo ich mein Literaturverzeichnis haben möchte, einen Seitenumbruch aus. Das kann ich hier unter Layout machen. Dann habe ich jetzt hier eine neue Seite. Und hier wähle ich jetzt einmal unter Bezüge Inhaltsverzeichnis ein. Und dann einmal hier Typ Literaturverzeichnis. So, und hier habe ich einmal ausgewählt Einträge nummerieren und Klammern schon mal eingetragen. Und dann unter Einträge belasse ich das jetzt hier mal auf dem Standard, so wie das normalerweise ist. Ich wähle OK aus. Und dann haben wir jetzt hier einmal 1 Doppelpunkt und dann TuxFux, 22 und so weiter. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich wähle einmal Verzeichnis bearbeiten aus und wir gehen zu Einträge. Wichtig ist, wir müssen erstmal den Typ auswählen. Was, wenn wir hier verändern wollen? Und in dem Fall ist das Buch. Und jetzt kann ich hier einmal die verschiedenen Felder arrangieren. Man muss das, um echt zu sein, erstmal am Anfang ein bisschen verstehen, wie genau das funktioniert. Am Anfang haben wir unsere Kurzbezeichnung. Dann haben wir einen Doppelpunkt drinnen. Dann haben wir den Autor und dann den Titel des Buches. Anscheinend ist das aber nicht der Titel des Buches. Von daher müssen wir das nochmal ändern. Ich glaube, Buchtitel wird das heißen und nicht Titel. Ich wähle einmal Buchtitel aus. Jetzt wähle ich ein Zeichenfeld, wo es eingefügt werden soll. Ich wähle das hier nach dem Komma und diesem Leerzeichen aus. Und dann kann ich hier, wenn Buchtitel ausgewählt wurde, Einfügen auswählen. Dann sehen wir jetzt dieses Buchtitel hier. Und dieses Titel, das möchte ich rausschmeißen. Das heißt, ich klicke das zweimal an, sodass das hier in meinem Fall jetzt ausgewählt ist. Und ich wähle Entfernen aus. Und jetzt haben wir hier einmal den Kurznamen, Doppelpunkt, Leertaste, dann den Autor, Komma, Leertaste, dann den Buchtitel, Komma, Leertaste und dann hier das Ja. Je nachdem, tut das so. Arrangieren, wie das für euch gefordert ist. Und ich wähle einmal OK aus. Und dann haben wir jetzt hier einen kompletten Literaturverzeichnis-Eintrag. Was wir jetzt auch nochmal machen können, ist unter Verzeichnis bearbeiten, unter Buch, einmal beispielsweise hier diesen Kurznamen auszuwählen. Und dann hier eine Zeichenvorlage einzustellen, beispielsweise einmal betont und dann nochmal auf OK zu klicken. Dann ist das jetzt hier einmal kursiv gedruckt beispielsweise. Ja, und so funktioniert das Ganze. Und dann könnt ihr hier nach und nach auch euer Literaturverzeichnis anlegen. Jetzt möchten wir am Ende vielleicht nochmal eine Titelseite hinzufügen, beziehungsweise ein Inhaltsverzeichnis. Das machen wir, würde ich sagen, auch direkt. Dafür brauchen wir jetzt eine neue Seite direkt am Anfang. Ich gehe hier einmal auf Layout und wähle Titelseite aus. Und dann können wir sagen, OK, gut, wir können so viele Titelseiten hinzufügen, wie wir es möchten. Und zwar möchte ich einmal eine neue Titelseite einfügen. Und zwar Anzahl an Titelseiten 1. Ich könnte hier nochmal weitere hinzufügen. In meinem Fall passt das soweit. Dann kann ich noch einmal eine Formatvorlage auswählen. Ich wähle hier einmal erste Seite aus und wähle OK aus. Und jetzt haben wir hier eine neue Titelseite, die jetzt komplett leer ist, ohne Kopf- und Fußzeile. Und jetzt möchte ich hier ein Inhaltsverzeichnis einfügen. Das mache ich jetzt hier auch nochmal unter Bezüge, Inhaltsverzeichnis. Und dann wird hier der Typ Inhaltsverzeichnis gelassen. Ich wähle Gliederung aus. Wir können hier auch auswählen, für was das Inhaltsverzeichnis gelten soll. Ich sage gesamtes Dokument und ich sage einmal OK. So, in dem Fall haben wir jetzt hier nur das Endnotenverzeichnis. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, das liegt daran, dass das hier unser Titel ist. Wenn ich jetzt hier beispielsweise das Ganze einmal auf unsere Überschrift einstelle, beispielsweise und hier nochmal eine Überschrift 2 reinpacke, also dieses Advero. Und dann hinten nochmal eine Überschrift 1 auswähle. Das ganze Dokument abspeichere und jetzt nochmal ganz nach oben gehe und rechtsklick auf das Inhaltsverzeichnis auswähle. Verzeichnisse aktualisieren. Dann sehen wir hier direkt ein Inhaltsverzeichnis, was jetzt hier automatisch generiert wurde von LibroOffice, was wir hier direkt nutzen können. Ja, damit hätten wir auch unser Inhaltsverzeichnis generiert. Ein Punkt, bevor wir zum letzten Punkt hier in diesem Video kommen, auch nochmal ein spannendes Kapitel, wäre unter Einfügen hier einmal das Diagramm. Ich wähle hier einmal Diagramm aus und dann haben wir hier ein riesiges Diagramm bekommen. Und ich muss sagen, man muss sich am Anfang so ein bisschen einarbeiten, wie diese Diagramme unter LibroOffice funktionieren. Aber dann, wenn man das einmal durchstanden hat, dann kann man damit wirklich richtig schöne Sachen machen. Ich doppelklicke einmal dieses Diagramm. Dann sind wir hier einmal in diesen Diagrammeinstellungen und haben hier verschiedene weitere Icons, die man hier einmal alle durchgehen kann. Einmal den Diagrammtyp. Dort können wir beispielsweise ein schickes Kreisdiagramm einstellen. So ein explodierendes Ringdiagramm tatsächlich, ein anderes Ringdiagramm, Liniendiagramme. Was ich tatsächlich sehr gerne mag, sind diese Punkten, beziehungsweise nur diese Linien. Das nutze ich persönlich relativ häufig. Ansonsten Kursdiagramm, Säulen und Linien, ihr seht es. Säulendiagramm ist tatsächlich auch gar nicht so schlecht, je nachdem, was ihr halt eben braucht. Ich denke, da wird jeder von euch fündig. Und tatsächlich können wir hier auch nochmal eine 3D-Darstellung einstellen, so dass wir hier tatsächlich das ganze Diagramm nochmal in 3D haben. Entweder in realistisch oder in einfach. Je nachdem, ich finde beides vom Edge Design nicht so schön in dieser 3D-Darstellung. Aber es funktioniert. Das ist halt eben die wichtige Sache. So, ich bleibe hier mal beim einfachen Kreisdiagramm, wähle einmal OK aus und switche hier einmal zu Datentabelle. Und jetzt kann ich hier diese einzelnen Daten eintragen. Einmal die einzelnen Zeilen. Wir sehen, jede Zeile ist so ein Eintrag in diesem Tortendiagramm. Möchte ich die letzte Zeile nicht haben, kann ich hier diese Zeile löschen. Und dann hat sich dieses Diagramm direkt wieder verschoben. Oder wir können natürlich noch mehrere Zeilen hinzufügen. Also Zeile 4. Und dann hier auch nochmal Zeile 5. Wichtig, bei diesem Kreisdiagramm ist nur Spalte 1 entscheidend. Also ich kann jetzt hier nochmal beispielsweise nochmal 3 einstellen. Dann haben wir jetzt hier unsere verschiedenen Zeilen, Kategorien und dann hier mit drin. Diese anderen Spalten, die sind dann wichtig für andere Diagrammtypen, wie beispielsweise mit dem explodierenden Kreisringdiagramm und alles mögliche, was es da noch gibt. Also je nachdem, in dem Fall haben wir jetzt hier nur eine Sache. Wir können tatsächlich die anderen Spalten auch löschen. Das können wir dann über dieses Zeichen hier machen. Und dann haben wir jetzt hier einmal unsere Werte, beispielsweise für diese Kreistier Tabelle. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann können wir nochmal die Legende einstellen. Und zwar unter Anordnung. Beispielsweise wir können das Ganze nach unten packen. Ich wähle OK aus. Und dann haben wir unsere Legende direkt drunter. Wo wir jetzt hier tatsächlich auch nur die Oberfläche gekratzt haben. Wichtig ist, wie kommt denn das Diagramm und wieder raus. Ihr müsst es doppelklicken, dann kommt ihr rein. Und wenn ihr einmal so in den Absatz klickt, dann geht ihr da wieder raus. So, das wäre es jetzt erstmal soweit gewesen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns doch nochmal die Dokumentvorlagen an. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den möchte ich euch nochmal zeigen. Dazu erstelle ich jetzt nochmal ein neues Dokument. Ich wähle Datei hier einmal neu aus. Und dann möchte ich jetzt hier einmal beispielsweise immer meine Kopfzeile mit dem aktuellen Datum drin haben. Dazu wähle ich jetzt einmal einfügen. Feldbefehl, Datum aus. Stelle das so ein, wie ich haben möchte. Mit Rechtsklick, Feldbefehl bearbeiten, Datum. Ich möchte das aktuelle Datum drin haben. Und dann einmal hier den 31. Dezember wieder. Und das Ganze packe ich mal auf die rechte Seite. Seite. Das reicht mir persönlich absolut aus. Das möchte ich jetzt einmal als Dokumentvorlage abspeichern. Man kann sich natürlich hier einen ganzen Brief bauen und so weiter. Gibt es auch schon verschiedene Vorlagen im Internet. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Aber ich möchte es euch einfach mal zeigen, wie ihr das selber macht. Und wie es grundlegend funktioniert. Jetzt werden wir sagen, okay gut, meine Vorlage passt. Damit möchte ich jetzt immer starten mit meinem Dokument. Ist jetzt hier wirklich nur ganz grob angedeutet. Wählen wir einmal Datei aus. Wir wählen einmal dann hier als Dokumentvorlage speichern aus. Und dann kann ich hier einmal die Vorlagenkategorie auswählen. Wähle ich jetzt einmal meine Vorlagen aus. Und jetzt gebe ich hier einfach mal ein. So. Und dann könnte ich das sogar als Standard setzen. Das heißt, wenn ich LibreOffice öffne, dass sich das dann direkt schon so öffnet. Je nachdem möchte ich jetzt erstmal nicht. Ich wähle speichern aus. Und dann haben wir das jetzt hier direkt als Vorlage abgespeichert. Um so ein Dokument jetzt zu öffnen, beziehungsweise zu verwenden, gehe ich einmal hier zur Datei und wähle neu aus. Und klicke hier auf diesen Pfeil. Und dann wähle ich einmal Dokumentvorlagen aus. Und wir finden auch unser Standarddokument mit dem Datum, was wir eben erstellt haben. Ich wähle öffnen aus. Und dann haben wir jetzt hier unsere Dokumentvorlage erstellt. Und können jetzt wieder anfangen damit zu arbeiten, ohne unser Datum nochmal erneut hinzuzufügen müssen. Ist natürlich nur ein Beispiel. Am besten macht man das beispielsweise mit einer Rechnungsvorlage, einer Briefvorlage und so weiter. Ansonsten können wir auch Vorlagen bearbeiten. Wenn ich jetzt beispielsweise was vergessen habe, wie beispielsweise jetzt unten die Seite. Das Ganze packe ich auch wieder rechts. Und das Einzige, was ich machen muss, ist jetzt hier einmal unter Datei als Dokumentenvorlage speichern aus. Meine Dokumentvorlage und genau den gleichen Namen eingeben. Also Standarddokumentdatum. Und dann wähle ich speichern aus. Und dann sehen wir hier, möchten wir diese Vorlage überschreiben. Möchte ich in dem Fall, wähle ich ja aus. Und dann passt das. Und diese Dokumentvorlage wurde aktualisiert. Das wäre ein grober Rundumschlag um LibreOffice. Ich möchte hier sagen, dass wir hier nur die Oberfläche gekratzt haben und es in jedem Bereich eigentlich nochmal viel tiefer reingeht. Aber ich möchte das Video nicht zu sehr in die Länge strecken. Beispielsweise können wir hier einen Autotext einfügen. Beispielsweise hier ein Bewerbungsschreiben. Ihre Anzeige in der Zeitung vom und so weiter hat mein Interesse geweckt. Kann man natürlich so schreiben. Ich würde euch da mittlerweile, glaube ich, empfehlen, etwas anderes zu nehmen. Aber sowas gibt es natürlich. Kann man natürlich auch selber nochmal einstellen. Wir haben diese ganzen Zeichnungen noch nicht angeschaut. Wir haben die Formeln noch gar nicht angeschaut unter LibreOffice. Das ist aber nochmal ein bisschen spezieller. Die Silbentrennung. Was vielleicht nochmal wichtig ist, ist am Ende die Rechtschreibung. Man kann da drauf klicken und dann fragt er jedem einmal die Rechtschreibung ab. Dann gehen wir nochmal auf unser anderes Dokument. Kommentare sind tatsächlich am Ende gar nicht so schlecht. Man kann hier tatsächlich dann nochmal irgendwelche Kommentare mit eintragen. So, hallo Welt. Wenn ihr hier nicht als unbekannter Autor drinstehen wollt, dann könnt ihr tatsächlich einmal unter dem Burger-Menü hier rechts oben und dann Optionen einmal eure Benutzerdaten einstellen. Beispielsweise hier auf Vorname, Nachname. Also wenn ich jetzt hier Jean-V eingebe, anwenden und nochmal einen Kommentar einfüge, dann haben wir hier tatsächlich beispielsweise auch einen Namen. Aufzeichnen. Aufzeichnen ist ganz cool zum Korrigieren. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier ein Wort ersetzen möchte und hier beispielsweise dann Lorem reinschreiben möchte, dann sehen wir das hier tatsächlich auch direkt, wie er das dann aufzeichnet. Und man sieht dann tatsächlich auch die Änderungen wirklich an dem Dokument. Kann dann tatsächlich Rechtsklick später drauf machen und sagen Änderung annehmen oder verwerfen. Je nachdem. Das ist ganz cool. Also da gibt es auch einiges hier in diesem Überprüfen-Sektor. In der Ansicht können wir noch super, super viel machen. Es gibt eine ganze Seitenleiste hier rechts einmal, die man nochmal auswählen kann. Ich muss sagen, die ist mittlerweile aus der Zeit gekommen, deswegen nutze ich sie nicht mehr. Wir können sogar unter den Extras ganze Formulare bauen. Ein Serienbrief-Assistent beispielsweise gibt es auch oder E-Mails können wir hier relativ einfach auch noch versenden. Makros gibt es auch nochmal, aber das ist glaube ich auch nochmal Stoff für ganz andere Videos und ich glaube man braucht sie wirklich selten. Das sind die Funktionen gewesen, die ich persönlich immer mal wieder täglich brauche für den LibreOffice Writer. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Wollt ihr nochmal genauso einen Crashkurs für LibreOffice Calc, also die Tabellenkalkulation, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, weil das Video war schon enorm viel Arbeit. Abonniert gerne den Kanal und wenn ihr noch weitere Crashkurse sehen wollt, schaut euch mal den Crashkurs zu Linux Mint an oder beispielsweise auch den Crashkurs zu Gimp. Der Photoshop-Alternative ist auch einer meiner erfolgreichsten Videos. Das wäre es gewesen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Dokumente schreiben und falls euch verschiedene Parts in diesem Video gefehlt haben, schreibt die gerne auch nochmal in die Kommentare rein. Eventuell werde ich da in den nächsten Monaten nochmal ein Update Video zu bringen. Macht es gut, ciao.